Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal zum T-Shirt-Business. Ihr kennt ja das YouTuber-Geschwafel. Lasst auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abo und ein Like da oder auch nicht, ist mir eigentlich schnuppe. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte diesen Kanal noch ein bisschen interaktiver gestalten und habe da so einige Ideen. Denn das steckt noch in den Kinderschuhen. Die Umsetzung ist verständlicherweise immer ein bisschen schwierig. Ich kann ja leider keine Designs von mir zeigen. Also könnte ich zwar schon, aber da würde ich mir ja selber ins Knie schießen. Das machen wir natürlich nicht zwecks Kopien und so. Aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Möglichkeit. Ich habe jedenfalls die Idee eines Community-Shirts, ein Design, was man sozusagen gemeinsam erstellt und dann mal guckt, was daraus wird. Aber ich bin noch am Überlegen, wie das am besten umzusetzen wäre. Die Einnahmen von sowas würden natürlich alle immer gespendet werden oder so. Ich möchte mich ja nicht die Taschen selber voll machen, ganz klar. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute machen wir das so schrittweise mal ein bisschen interaktiver oder ich gebe noch etwas mehr Einblick. So möchte ich mal sagen und habe mir dazu Folgendes überlegt, dass wir so ein bisschen wie auf RTL Reality wie Reality TV angelehnt. So wir haben diese Familie über zwei Jahre begleitet, dass wir einfach mal zwei Designs von mir rauspicken. Zwei sehr unterschiedliche Designs und diese über einen längeren Zeitraum dann beobachten und ich werde dort immer wieder Updates geben. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja das Design nicht zeigen werde, müsst ihr mir schon vertrauen, dass die Daten, die ich euch da zeige, auch wirklich von diesem Design sind. Aber was habe ich davon, hier irgendwas groß zu faken? Das ist, glaube ich, Quatsch. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich bin mal so durch YouTube gestolpert und habe mir einige andere Videos angeguckt und bin darauf gestoßen, dass es doch sehr unterschiedliche Ansätze gibt bei der T-Shirt-Erstellung oder generell bei der Verwaltung des Accounts. Und im Groben kann man ja sagen, es gibt zwei Ansätze bei der Erstellung von Designs. Einmal diese Masse-Variante, alles rein in die Masse, dass man sagt, Designer von Philippinen, ein Dollar pro Design, Vektor von einer Plattform und Text drüber klatscht, ab, hoch und Attacke. Und die andere Variante, die, ich sage mal, deutlich kreativere natürlich, man macht erstmal Research, findet eine Nische, setzt sich mit dieser Nische intensiv auseinander, sucht die Keywords raus, erstellt mit sehr viel Herzblut und Liebe ein Design, was dann schon mal mehrere Stunden dauern kann, eben mit viel Perfektionismus. Und lädt das dann hoch, vielleicht sogar selber gezeichnet. Richtig, ja, also diese zwei Ansätze und diese zwei Ansätze werden dann auch sozusagen meine zwei Designs repräsentieren. Ja, wie habe ich mir das gedacht? Also, passt auf. So, hier heute, meine Verkäufe, seht ihr, ein Throw-Pillow. Einziger Verkauf bis heute. Aber, äh, damit habe ich selber nicht gerechnet. Ein Kissen, wie schön. So, ähm, zurück zur Sache. Ich habe ein Design erstellt, das heißt, ich werde mich persönlich um die Designs oder das Design kümmern, mit viel Herzblut und Liebe und, äh, schick gemacht. Das ist dieses Design hier. Das habe ich heute erst hochgeladen. Das sind diese, äh, an der Review feststeckenden Dinger hier oben. Sind nicht 20, da sind noch andere dabei, aber die sind irgendwie jetzt ins manuelle Review gegangen, dieses Design. Was auch immer das ausgelöst hat im Algorithmus, ich weiß es leider nicht. Und dieses Design habe ich, ähm, erstellt gestern, äh, ja, auch durchaus in mehreren Stunden. Also, ich habe da ziemlich lange dran gesessen, habe mich auch schon vorher mit der Nische auseinandergesetzt und ausführlich recherchiert. Also, da steckt schon im Vorfeld etwas Arbeit dahinter. Ja, und dieses Design werden wir jetzt einfach über die nächsten Tage und Wochen mal beobachten. Wie gesagt, jetzt kann natürlich noch nicht so viel passieren. Ich verrate aber ein bisschen was über das Design. Und zwar ist das Design selbst sehr, ähm, grafisch, sagen wir mal so. Also, es, ähm, ist Text drauf. Der Text ist japanisch. Das gibt so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall, in welcher Richtung, äh, das unterwegs ist. Es ist nicht Anime oder, äh, Manga, so viel sei gesagt. Aber es ist japanischer Text drauf. Lustigerweise ist es auf dem japanischen Markt direkt durchgegangen. Es ist der einzige Marktplatz, wo es sofort ins Processing gegangen ist und jetzt schon live ist. Überall auf allen anderen Marktplätzen ist es an der Review. Keine Ahnung, was uns das sagen soll. Aber, ähm, ja. Ich habe das auf allen Marktplätzen als Standard-Shirt hochgeladen. Aufgeladen und auf dem US-Markt auf allen Bekleidungsprodukten außer Raglan-Shirt und Zipudi. Weil die zwei, die sind eh, äh, für ein A, äh, damit, äh, kann eh keiner was anfangen. Das nehmen wir nicht mit. So. Und vielleicht, jetzt wo ich das sehe, packe ich auf dem japanischen Markt auch noch die restlichen Produkte mit dazu, die dort zumindest verfügbar sind. Ähm, genau. Also das, das detaillierte Design und dann werden wir mal sehen, was da in den kommenden Tagen geht. Kann natürlich sein, dass es sich überhaupt nicht verkauft. Das wäre relativ schade. Aber ich würde mal sagen, ich habe meine Sache so gut gemacht, dass sich dieses Design auf jeden Fall verkaufen wird. Äh, zumindest auf dem US-Markt auf jeden Fall. Da werde ich natürlich Werbung drauf schalten, werde dann auch die Werbung zeigen, ähm, und genau. Ja. Werden wir beobachten. Und unser zweites Shirt, das ist jetzt ein bisschen anders. Unser zweites Shirt hat schon etwas Vorsprung. Und zwar hat sich das schon verkauft. Das ist mein Design aus dem letzten November. Davon habe ich schon ein paar Mal berichtet. Und zwar ist das von meinem Designer erstellt. Das ist wirklich ganz, ganz simpler Text. Da ist nicht viel Arbeit. Kein Schnörkel, kein Schnickschnack. Text untereinander und ganz einfache Grafiken, so links und rechts. Also sehr minimalistisch, ja. Total einfach. Könnte jeder in 30 Sekunden erstellen das Ding. Absolut Pille-Palle. In einer Nische. Und wie man hier sehen kann, ich habe das am 20. November letztes Jahr hochgeladen. Und es hat sich am 20. November das erste Mal verkauft. Ungefähr vier Stunden nach dem Upload das erste Mal verkauft. Rein organisch. Und ja, jetzt im Moment verkauft es sich eigentlich kaum noch. Wir haben insgesamt jetzt um die 170 Sales auf dem Shirt. Ein paar Returns. Leider aktuell nur vier von fünf Sternen. Von fünf Ratings insgesamt. Das ist jetzt nicht so prall. Da hätte ich mir mehr erhofft. Aber ich glaube, ein Depp hat hier irgendwie eine Ein-Sterne-Bewertung rausgehauen. Und ein Kommentar. Was willst du machen? Ist halt so. Beide Shirts werden auf 17,99 platziert werden. Also oder sind platziert. Zumindest das Standard-Shirt. Und genau, hier habe ich auch die anderen Produkte mit drauf. Sogar noch ein bisschen mehr. Aber uns interessiert, denke ich mal, hauptsächlich das Standard-Shirt. Ja, dieses Shirt hier, das hat sich schon auf der ersten Seite, also Main Keyword, eigentlich fast alle Longtail Keywords, die es hierzu gibt, hat sich dieses Shirt auf der ersten Seite festgefressen. Das heißt, wir sehen hier unseren Sales-Anstieg. Hier war der 20.11. Erste Mal verkauft. Ein Sale. Einmal nix. Einen Tag wieder ein Sale. Einmal nix. Und dann ging es hier richtig ab. Das war natürlich das Weihnachtsgeschäft. Ganz logisch. Hier knallt das richtig nach oben. Bis an einem Tag. Elf Sales. Am 12.12. Und danach war dann mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, am 13.12. konnte man noch bestellen, dass es rechtzeitig zu Weihnachten ankam. Und dann sieht man hier, 14.12. ist komplett weggebrochen. Es hat sich danach natürlich noch weiter verkauft, aber ging dann sukzessive runter. Weihnachtsgeschäft einfach vorbei. Wurde dann immer weniger. Und verkauft sich, wie man jetzt sieht, hier kaum noch. Ich hatte diesen Monat tatsächlich mal zwei Sales an einem Tag. War wahrscheinlich eine Bestellung. Aber ansonsten ist hier richtig Flaute. Warum? Also das ist kein Trend-Shirt. Es ist aber auch kein richtiger Evergreen, sondern es ist so ein saisonales Shirt. Das heißt, wir befinden uns in einer saisonalen Nische, die aber nichtsdestotrotz sehr, sehr groß ist. Also das ist jetzt nicht irgend so was total Kleines, was kein Mensch kennt. Aber es ist eben auch nicht mehr Hundekatzen oder so. Also so ist es jetzt natürlich auch nicht. Aber es ist schon eine sehr, sehr große Nische. Allerdings hat es, wie gesagt, unter dem Main Keyword hat es den ersten organischen Platz. Also absolut Nummer eins ohne Sponsoring. Also ich schalte natürlich Werbung da drauf, aber es hat organisch auch den ersten Platz. Und das wird das zweite Shirt sein, was wir beobachten werden. Achso, genau. Und dazu habe ich mir, fast vergessen, auch etwas rausgesucht. Und zwar habe ich mal hier zu unserem einfachen Shirt so einen Verlauf rausgesucht zu einem Keyword, Hauptkeyword. Und zwar den, also nach Google Trends so ein bisschen, wie das Jahr abläuft von den Suchanfragen her. Und wir befinden uns ja gerade quasi hier so, das heißt am absoluten Tiefpunkt. Wir sehen das. Und im Prinzip im Juli. Ja, also Juli ist so der Knackpunkt hier. Da ist dann das letzte Mal der Dip nach unten und dann geht das sukzessive hoch bis zum Peak. So im September, also August, September, Oktober ist dann richtig, richtig gut und flacht dann wieder ab. Zu Weihnachten gibt es nochmal einen kleinen Anstieg. Also die Kurve hier finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, aber es sind halt die Google Trends. Es hat halt nichts mit Amazon zu tun. Also auf Amazon sieht die Kurve wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus, aber Google zumindest so, sodass es so einen etwaigen Einblick gibt, wann das losgehen könnte. Also hier müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis das losgeht. Aber das wird sich dann zeigen. Wir können ja dann immer wieder zurück auf dieses Video hier blicken. Und unser zweites Shirt, was ich heute hochgeladen habe, das befindet sich hier so in diesen, das sind zwei Hauptkeywords. Also das befindet sich in relativ vielen Nischen drin, so Teil-, Sub-Nischen, wie man das möchte. Und das sind so die zwei Hauptkeywords. Und da sieht man, das ist das ganze Jahr über relativ konstant, Höhen und Tiefen. Das ist jetzt allgemein nicht das Highlight, was jetzt hier an Suchanfragen rauskommt. Aber trotzdem sieht man, dass es im ganzen Jahr ungefähr gleichbleibend, also schon eher als Evergreen einzustufen. Da gibt es also wirklich keine wirkliche Saison oder keinen Tag, der da jetzt speziell für gedacht wäre. Ja, und das sind die zwei Designs. Das ist natürlich jetzt für dieses Video nicht ganz so spannend, weil es ist ja noch nichts passiert. Ich hoffe, mein Design geht jetzt erstmal durchs Review und ich kriege nicht irgendwie zehn Rejections reingedrückt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann werde ich euch einfach weiter auf dem Laufenden halten. Und bis dahin trinken wir alle eine Tasse Tee oder Kaffee. Und ja, vielleicht mögt ihr ja auch mal Designs von euch präsentieren. Beziehungsweise, das hatte ich ja schon mal angesprochen, wenn jemand mal möchte, dass ich ein Design bewerte. Also bewerten, meinen Senf dazugebe einfach. Ich bin ja hier kein DSDS-Juror, aber einfach mal meinen Senf dazugebe, sagen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Der kann das natürlich gerne tun. Dann greife ich das gerne in einem Video auf. Und bis dahin, wie immer, gute Sales und Royalties reingehauen. Und bis dahin, wie immer, gut. Ich bee dich. Lieb Latin totalmente. Ich gigs mich Dienst. Und bis dahin, wie immer, die Curry affect nadzieję, meinen instead.